Im neuen Interview der Financial Times meint Sam Altman, dass GPT-5 bald kommen wird und dass das Ziel AGI ist, also Artificial General Intelligence. Sam Altman will ganz einfach, dass künstliche Intelligenz so gut wie alles besser machen kann als Menschen und er denkt, dass OpenAI hier eine kritische Rolle spielen wird. Lasst uns einfach mal kurz die wichtigsten Dinge von diesem Interview der Financial Times mit ansehen. Das Interview ist relativ lang, aber mein guter alter Kollege Chad GPT hat mir geholfen, die Sachen zusammenzufassen. OpenAI will ganz einfach zusammen mit Microsoft mehr investieren. Sie wollen ganz einfach zusammen AGI erreichen. Microsoft hat sonst schon 10 Milliarden US-Dollar hingelegt, das reicht bei Weitem nicht aus. Die Bewertung ist aktuell 29 Milliarden US-Dollar vom Unternehmen, aber mittlerweile sollte sie natürlich höher sein. Trotz des Umsatzwachstums von OpenAI sind die Schulungskosten bzw. die Trainingskosten von OpenAI jedoch aktuell noch viel zu hoch, das heisst sie sind von Microsoft sozusagen abhängig. Das neue Ding, also die GPTs und der GPT-Store, die dienen natürlich zur Monetarisierung, damit sie selbst auch organisch profitabel wachsen können. Sam Altman vergleicht das, um ehrlich zu sein, genauso wie ich in meinen letzten zwei Videos mit Apples App Store. Also das Ziel ist, diesen App Store zu machen, durch diesen App Store profitabel zu werden und so noch schneller zu wachsen, noch schneller, noch mehr investieren zu können. Die Vision von Sam Altman ist ganz einfach AGI, also menschliche Intelligenz, zu übersteigen. Ausserdem wurden ein paar Leute mit eingestellt, darunter ein Typ von Dropbox. Sam Altman konzentriert sich auf zwei Bereiche. Einmal die Forschung bzw. Entwicklung von Superintelligenz und natürlich erhöhte Rechenleistung. Das alles soll natürlich so sicher und so nützlich wie möglich gemacht werden. Hier sagt er auch, dass GPT-5 bereits entwickelt wird. Die Entwicklung ist im vollen Gange. Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Ich muss hier dazu sagen, ich gehe fast vom nächsten Jahr aus. Vielleicht haben wir wieder einen coolen Developer Day. Das wäre wirklich, wirklich enorm. Ein Problem ist, dass diese verfluchten Nvidia-Chips nicht herzubekommen sind. Jedoch geht Altman davon aus, dass im nächsten Jahr diese leichter zu bekommen sind. Durch diesen ganzen KI-Hype sind diese ganzen Nvidia-Chips, womit die allermeisten arbeiten, einfach immer ausverkauft. Altman hofft, dass einfach immer mehr und mehr Unternehmen KI-Chips machen und OpenAI nicht mehr so abhängig von Nvidia ist. Er geht sogar davon aus. Sam Altman sagt, dass OpenAI weit voraus ist, also gegenüber anderen Sprachmodellen. Und dass Sprachmodelle kritisch für die Entwicklung von dieser AGI sein werden. Er denkt sogar, dass Google und DeepMind hier etwas zu wenig ambitioniert sind. Er denkt, dass sie das fast schon übersehen. Ausserdem vergleicht er hier die Verfolgung von AGI mit Newtons Erfindung von Calculus oder Analyzes, wie es mir hier ChatGPT zusammengefasst hat. Ich muss dazu sagen, ich verstehe das nicht mal wirklich genau. Ich gehe davon aus, dass er ganz einfach sagen will, das ist richtig, richtig wichtig. Für mich ist hier auf alle Fälle interessant, dass OpenAI 10 Milliarden bekommen hat von Microsoft. Dass Altman sagt, hey, das ist viel zu wenig, auch wenn wir Geld machen mit GPTs in Zukunft, wir brauchen viel mehr Geld. Also auf alle Fälle investieren sie richtig, richtig viel Geld in die Entwicklung von GPT-5. Da sie bereits dabei sind zu entwickeln und normalerweise kündigt man das einfach auch nur an, wenn man schon relativ weit ist, denke ich, hoffe ich, gehe ich davon aus, dass GPT-5 vielleicht sogar irgendwann nächstes Jahr erscheinen wird. Lass mich auf alle Fälle wissen, was du davon denkst und zieh dir dieses Video an, wenn du sehen willst, wie man solche GPTs für den App Store bauen kann. Ich denke wirklich, der Vergleich von mir mit dem App Store von Apple hat Sinn gemacht, denn Altman sagt es mittlerweile natürlich sogar selbst.